In einem SUV wie diesem Land Rover kommen Sie auf jedem Gelände sehr gut zurecht. Er hat einen Dieselmotor und eine Automatik. Dieses Auto ist unter anderem mit einer Klimaautomatik, einem Regensensor und Servolenkung ausgestattet. Sind Sie neugierig geworden? Dann rufen Sie uns schnell an, um sich das Auto anzusehen.